hei liebe leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von epic legends ja das letzte video war aber zweite runde war gut in der letzten anderen runden wanden. mist. wird wohl immer wieder am tag kommen, an dem ich champion werde. hoffe ich. weißt du, ich nehme mich selbst nicht so ernst, ich nehme nicht mal was vor, ich muss mehr unternehmen. der tod holt sich die unwissenden. intelligenz lässt uns überleben. das ist euer champion mein schild mein leben warum ist denn der verdammte jumpmaster? wir könnten hier landen, nur so ein gedanke. ich rieche den sieg. ist aber lecker. erster treffer, der zyklus hat begonnen. ich greife an! werde beschossen! stufe 2 Achtung, wir sind nicht allein! auf die plätze fertig los! ich bin am boot! wir sind einer weniger, was für eine verschwendung. neun killspitzen weiter. jemand muss den neuen verwirrt, was? was? ihr schützler! was? wir sieourten nicht! am hingen wir verriert! ich sehe immer wisst, wenn man den neuen verwirrt hat. das war jetzt wieder kompletter das war jetzt richtig fängt wieder richtig guter man hat schon wieder richtig bock mhm vertraut euren sinnen wenn ich auf dir den tod faszinierend ich darf vorstellen euer champion Eine Landung in diesem Bereich hätte eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Gegner gesichtet, ziemlich weit weg. Eine Landung in diesem Bereich. 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 Eine Landung. Eine Landung in diesem Bereich. Auch sicherlich. Wie gesagt, die wird einfach alle Mist. Richtig Mist. Es wird echt mal Zeit, dass das mal wieder besser wird hier. Kann nicht so weitergehen. Mir ist auch mal aufgefallen, dass ich bei den meisten Videos am Anfang mal was trinke. Nervennahrung. Wie er hat Ritter. Vertraut der Natur und vertraut euch selbst. Bibbidi-Bubbidi-Boo. Ich nehme Kostik im Nu. Richtig. Unfähigkeit nicht. 616 Kits. Nur 191. Komplett. Das ist euer Champion. Ich bin der Jumpmaster. Mir nach. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Landen wir hier. Am lebendigsten fühle ich mich, wenn mir der Tod bevorsteht. Okay, dann fliegen sie alle hin. Ich bin der Drei. Ich bin der 1 starten count down jetzt schon muss in der ring oder ring ist ja auch gar nicht so weit weg ich höre dich eine andere waffe gut sprinte sprinte die ist besser hier ist ein körperschild stufe zwei ich habe hier eine anpassung feuer modus feuer modus gut dann auch mal dahin war vielleicht gibt es dann was gutes ja wir sind in der nähe des rings zehn sekunden wir sind alle außerhalb des rings was er mir fehlt dann noch das kenne den bereich bauer ein tunnel neuer killspitzenreiter bestimmt vorsicht neuer killspitzenreiter portal platziert ja die gebäude ist schon alles geplündet das das die 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 Ok wir geben wir uns zu die feind gesichtet ziel gesichtet ziel gesichtet verdammte hacke das war richtig bitter auch schon wieder abgeschissen jetzt gib mir doch mal einen neuen skin für koseck und nur mist so da 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 war ja mal wieder tun dünnif 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 jetzt die 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 Taskativos Tütütütütüttütüt Wenn ich gerade oben rst cushion, okay mhm mhm nee 송 Nummer Uno Der Tod findet einen Weg. Das ist der Mann, das ist aber der Beste. Aber der Kulte. Genügend Blei und Rauch, erwischen wir die auf. Heute wird einer dieser Tage, wo du dich später zurücklehnst und sagst, oh ja, daran erinnere ich mich. Ah ja, die wurden ja gerade nicht angerechnet. Ja, war ja nur Niederschläge. 0732, ja. Ich will kein Jumpmaster. Ich kann sogar Zoom. Ich kann gar nicht Zoom. Das filmiert jetzt gerade auf. Echt, echt, echt. Boah, das ist aber, wow, 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 boah, endlich. Halt den Anführer, das bin ich. Oder lasst es, ganz egal. Hauptsache wir gewinnen. Aber guck mal, Alter, da fliegen sie doch alle hin. Geil, dreht eine R99. Geil, dreht eine R99. Ja. 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 du bist wunderbar ich danke dir ich brauche Gesundheit danke danke hier ist eine Spritze ich habe hier ein Subjekt gesichtet ich habe ein Subjekt im Sichtfeld Sekunde, heile mich der Ring ist weit weg und schließt sich in 45 ich muss vermutlich rennen ich brauche Gesundheit Lade nach der Mietradator ist unterwegs ja, ist alle passiert ich brauche Gesundheit ich brauche Gesundheit ich habe dich reingelegt ich habe hier eine Anpassung Turbolader in Ordnung Achtung, liefere Care Paket aus muss mich nur zusammenflicken ich schlage vor wir stellen in diesem Bereich einige Untersuchungen an ich schlage vor wir stellen in diesem Bereich einige Untersuchungen an also mit der Perle da Achtung, es gibt einen neuen Killspitzenweiter nur ein weiteres Insekt wenn ihr mich fragt Okay. Hier drüben ist ein erweitertes Energiemagazin. Stufe 2. Hier ist ein Körperschild. Stufe 2. Hier ist eine Optik. Für Scharfschützen. Jetzt bist du verliebt. Ich werde die Position der Aufmerksamkeit beobachten. Wir gehen. 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 Drüben ist böse. Achtung. Versorgungsschiff ist im Handflug. Feuere. Was ist zu denn? Was? Wo siehst du denn alle? Hinter uns war vorhin noch jemand. Feuere. Das Rebord ist noch übrig. Mach mal sie fertig. Hä? Beide. Meine Sicht ist klar. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh. Schießt nur hin. Das wird ganz geil eigentlich. Kein Kill, 3 Kills eher, Achtungens. Das war richtig dumm. Ja, so ein richtiger Lutscher. Ja. 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 warum macht das so heftig was ist denn jetzt los ist wichtiger als der preis nur den auch diesen übelst geilen skin ich breche aus dem aus dem leben eine landung in diesem bereich hätte eine hohe erfolgswahrscheinlichkeit da drüben könnte es lustig werden du musst so abspringen ja gut was war nicht warum immer ein schwere munition wow schwere munition für die passende waffe dazu ist ja diese lifeline hat eine komische stimme schnell 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 warte mal schüße denn jetzt Was? Ich brauche Schotpatronen. Ja, die habe ich weggeklaut. Eine Minute, bis der nahegelegene Ring sich schließt. Muss schneller werden. 45 Sekunden, bis der Ring sich schließt, Amigos. Aktiviere Schleudersitz. Der Ring ist um die Ecke und wir haben 30 Sekunden. Da bin ich echt nah dran. Jetzt gehts los! Wir sind Schrotpatronen. Zehn Sekunden, bis der Ring sich schließt. Ich habe hier eine Anpassung. Schädel ist weiter. Bringt mir alles. Jetzt schon, nur schnell. Ja. 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 Großer Rucksack, wenn nicht schlecht. Hebeck! Hebeck! der stabilisator habe ich schon zu bezeichnen hier ist schwere munition oder ist rausgegangen ist herausgegangen ja warum der haus ist wir sind schotpatron es gibt einen neuen kielspitzenreiter es gibt einen neuen kielspitzenreiter nur ein weiteres insinkt und Ich habe ein Objekt im Sichtfeld genannt. Klar, lade nach. Ich habe eine unabhängige Variante. Ich nehme noch an. Nabe Simstein eliminiert. Unabhängige Variante. Gegner, wir laufen. Schilder laden sich wieder auf. Wurde ausgeschaltet. Gegner. Lade nach. Du hast Glück, dass wir im selben Team sind. Dann können wir nicht. Dann werden wir noch an. Außer 15 Sekunden. Dann kommen wir auf. Okay. Ich habe das schon mal gesehen. Vielleicht hast du noch ein Schilder gefahren. Dann sind Sie geholfen. Und die noch an der Dock auf? Neuer Killspitzenreiter. Ich muss gestehen, so gefällt mir das. Nur noch 30 Sekunden. Der Ring bewegt sich. Warum? Der Ring schließt sich. Braucht mal eine bessere Rüstung. Da wurde das Safe schon geplündert. Care-Paket wird ausgeliefert. Hört ihr das? Da kommt ein Care-Paket runter. Hier ist ein Scharfschützenschaft. Stufe 3. Hier ist eine Optik. Für Scharfschützen. Hier ist eine Optik. Für Nahdistanz. Hier ist ein Knockdown-Schild. Stufe 4. Hier ist ein Scharfschützinger. Man Scherzt mal, hier ist es. Hier ist ein Scharfschützinger. wir sollten genau hier ist kurz noch da ist kurz noch noch zwei andere spots übrig hier ist eine geschlossene türen verstanden Ich habe hier eine Anpassung. Joke. Vielen Dank. Nein. Aktuell in Bewegung. Care-Paket wird ausgeliefert. Sieht aus, als käme da ein Care-Paket. Immer gute Sachen drin. Gehen bitte und entlang. Entordnung. Zwei Squats noch, wir und anderes. Hier ist ein Medikid. Danke. Runde vier. Starte Ring-Countdown. Wir befinden uns im nächsten Ring. Was für ein glücklicher Zufall. Ich habe hier eine Anpassung. Schädelspalter. Schädel. Untertitelung des ZDF, 2020 Gehen wir da lang Hier müssen eh alle safe Schatzschützengewehr Plane hier eine Verteidigungsstellung Hier drüben ist ein K-Paket Na ja, wo sind die? Eine Heildrohne, falls nötig So wie im Gesicht ist, nicht verstanden? Runde 5, starte Ring-Countdown Ich behalte diese Position im Auge Schon gut Das ist nur einer, wa? Na drüben, könnt ihr was kommen, da hab ich jetzt im Auge Klamate! RATATATATATATATATATATATASS Jungs, ey. Jesus. Das ist gut, aber verdammt wieder Zeit, ey. Junge, 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 Junge. Easy peasy, 11 squeezy. Naja, easy peasy muss auch nicht. Aber 2 gegen 2. Huuuuh. Ja, so liebe Leute, ich muss sagen, ich bin immer das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war echt jetzt gerade nerven zu reiben. Aber war cool, hat er Bock gemacht. Hat euch gefallen, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ja, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und so, immerhin nach 28 Milliarden Scheiß-Videos, immer wieder Champion geworden. Das wurde auch Zeit. Richtig Zeit. Naja, seid gerne beim nächsten Mal mitarbeiten, richtig cool. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Safe cool war das. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like oder einen Kommentar da. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.